So und da sind wir dann auch schon wieder zu Fallout. Gerade die Galerie Pickup oder Pickman haben wir ja schon soweit abgeschlossen jetzt. Müssten wir nur nochmal hin um das Bild nochmal anzugucken, weil da ja noch was für uns versteckt ist. Eine Überraschung. Aber ich wollte jetzt erstmal dorthin. Dann können wir dann natürlich nachher wieder nach Good Neighbor und beide Missionen abgeben. Einmal für Hancock und für den anderen Kollegen. So ein bisschen weiter nach da hinten. Gehen wir hier lang. Ah guck mal ein Fläschchen Bier. Whisky, Whisky, Whisky. Guter auch da Whisky. So dann müssen wir hier weiter lang. Hier sollen ja Mirok vielleicht Knochen des rechten Arms. Knochen sind ja gut für Rüstung, habe ich gemerkt. Dafür können wir die gut gebrauchen. Da haben wir noch so einen scheiß Mutantenhund. So. Den haben wir schon mal. Irgendwo da oben ist noch... Wow. Hab ich mir jetzt geschocken. Ist noch irgendwas. Mutantenfleisch. So. Schockkelle. Das nenn wir mal mit. Hier ist irgendwo noch einer. Ja. Scharfschütze. Gucken, ob wir den jetzt gut treffen. Wunderbar. Ah. So. Den haben wir auch schon mal. Was haben wir hier? Schrotpatron. Auch nochmal Patron. Splittergranate und ein Gewehr. Das nenn wir mal mit. Können wir ja auseinander nehmen. Hab 360. Brauchen wir ja glaube ich schon mal, wo? Wo sind denn sie? Wir sind da. Da haben sie angelaufen. Das nenn wir mal mit. Erstmal ein Stück zurückrennen. Ich krieg dir erstmal einen auf die Zähne. Und ich hoffe, er trifft jetzt. Sehr schön. Sehr nice. Das Gewehr finde ich bisher richtig, richtig gut. Weil wir natürlich schnell schießen können. Wir können gut und weit zielen. Und es haut natürlich einiges an Leben noch weg für die Feinde. So. Mutanten vielleicht. Wir schießen noch irgendwo einer auf uns. Da oben. Ist er doch. Er mit seinen Eiern. So. Ich geh jetzt mal eben da hoch. Vorher nehmen wir uns aber erstmal. Ah. Haben wir gar nichts. So. Ein bisschen. Was aufbauen. An Energy wieder. Da ist er. Und er schießt schon. Und. Ast rein. Haben wir den auch. Oh. Klatscht er schön hier runter. So. Den nachladen. Was haben wir hier oben denn noch alles so schön ist? Können wir da reingucken. Was Schädel. Schädeldecke. Sehr nöch. Was haben wir hier? Noch ein paar Bomben und so. Drüse. So. Weiter unten. Und hier drüben soll dann. Irgendwo. Das Lager sein. Wo wir hin sollen. Was? Da. Muss mal vorsichtig sein. Wo ist er? Ja. Was denkst du denn? Zeit dass du mal mit dem Jet aufhörst. So. Vorsichtig. Da oben. Ist er gerade gesche... Was war das denn? Können wir schon Sachen hochprügeln oder wat? So. Hey, hey. Halt mal kurze Klappe. Ich hab was gehört. Oh. Wo bist du? Krieg dich mal wieder in den Griff. Ah, die hat ja schon richtig was gehört. So. Den haben wir schon mal. Kritischen Angriff haben wir auch noch. Können wir uns noch mal den Arsch retten gleich. Ich weiß nicht. So. Ich dachte man könnte sich doch noch gütlich einigen. Meinst du mit denen kannst du dich gütlich einigen? Ich glaub da oben ist dann bestimmt einer. Wir sind dann bestimmt ziemlich weit da oben. So. Wo ist er da? Nimm mal alles mit. Ah. Zeig ich dir gleich. Wenn du runter kommst. Nimm mal alles mit. Das können wir verwerten. Und wo sollen die irgendwo hier oben sein. Ich denk mal es sind irgendwelche fallen da. Das muss heute nicht ein Todestag sein. Wo bist du denn? Wo schießt du hin? Da. Da. Wusste ich doch. Wow. Was ist das denn für eine Knarre? Dass das jetzt auf einmal so Wumms gemacht hat. So. Runter kommt tut er nicht. Ist das ein Granat? Granatwerfer oder was? Wow 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 wow. Wow 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 wow. Ihm schnell speichern. So. So. Was hält er denn aus? Kriegt jedes Mal einen von mir in den Schädel. So. Noch mal ein bisschen den Atem anhalten. So. Ist er denn da verloren? Hä? Wo ist er hingeflogen? So. Legendärer Wader. Einfrierende, feurige, automatische. Oh. Wow 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 wow. Oh. Das nehmen wir natürlich mal mit. So. Seine anderen Sachen nehmen wir auch mal mit. Ich weiß nicht. Wo die andere alte sich befinden soll. Auch irgendwo da oben. Oh. Den legendären haben wir abgeholzt. Oh. Alarmlicht. Geschützturm. So. Den haben wir schon mal. Du oder ich. Wer wird das dann wohl dann sein? Meinste? Oh. Nächste Gefahr. Moloch. Oh 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 oh. Oh oh oh. Kommt. Schau mal wer da ist. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Wir get. Oh 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 oh. Was geht denn hier jetzt ab? party alarm oder was boom 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 so das haben wir auch schon mal noch so ein mirock das letzte mal unterschätzt wo 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 was hier alles los ist da ist noch einer wui 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 haben wir mal mit komm her ich kriege ich noch keine sorge da bist du ja komm im laufen voll im kopf geht doch klack auto rutscht mal hier rüber aber hier ist immer noch eine gefahr ich weiß nicht ob das das licht ist ne die wader da oben so wo bist du denn valentine komm mal her ich hab was für dich so zehn millimeter pistole das kann ich dir schon mal alles geben sowas gebe ich schon mal nicht aber vielleicht kannst du damit was anfangen so einer wie die von kello cup macht ja auch noch fit finde ich nämlich auch mega nice die waffe soll man den am schrott schon einpacken das kann ich ja auch schon mal geben kleidung kapitänsmüsse kampfrüstung uhrzug piloten hilm gebe ich dir schon mal die wollte ich mir auch noch aufsetzen für glück lederkombi so den rest kann ich dir auch schon mal alles abdrücken und wir jetzt hier natürlich nicht zu schwer werden so und da kann er schon nichts mehr tragen aber so die sind irgendwo da oben wo ist die lampe hier so lang schleddert die will ich gerne ausschalten wenn ich mal wüsste von wo die kommt vorsicht 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 so ist alles so beleuchtet ne so haben wir das auch schon mal ist gut was los muss ich schon sagen haben wir jetzt gut action hier gehabt nur wo haben wir diese scheiß lampe die würde ich gerne ausknipsen ich gebe mir nämlich auf den sack wenn uns das entdeckt dann wissen die wo wir sind so hier oben ist nichts schade 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 das können wir mal eben ausbeuten haben wir ja schon kaputt gemacht was haben wir hier nichts hier haben wir doch auch irgendwo eine platt gemacht so was hast du da so alles am start so da sollen wir rein werden wir auch gleich mal eben reingehen vorher würde ich mich gerne nochmal ein bisschen hier umschauen bisschen was einsacken kannst du jetzt mal behalten ich weiß jetzt weil jetzt gleich schon wieder voll sind wir gehen ja 26 28 29 20 30 27